Willkommen zurück beim Terran-Konflikt. Wir sind in Jelenas Glück und der Ranger ist angekommen und hat noch einen Navigator an Bord. Okay. Erinnert ihr euch an den Tag, die letzte Aufnahme, wo alles schief ging? Ja, es ging noch mehr schief. Und zwar hatte ich ja hier gesagt, ich brauche Energiezellen, um weiterzumachen. Sprung-Tor-Neu-Verbindung, aber da steht ja 10.000 und nicht 100.000. Also mit anderen Worten, wir sind fertig. So, Tor 2 ist verbunden in Trantor. Jetzt können wir also Tor 1 verbinden. Und dass er das nicht angesagt hat, das hätte ich auch schon längst gemacht. Äh, meine Missionen. Und zwar zwischen Terraner, unbekannter Sektor 1 und unbekannter Sektor 2. Dann werde ich das jetzt nämlich gleich machen. Oh, jetzt muss ich da wieder hin. So. Also. Sprung-Tor-Neu-Verbindung. Nur Signal von 18 Milliarden. Zwischen dem hier und Süd-Tor. Ja. Achso. Achso, ja, 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 logisch. Das zweite Tor ist ja logisch. Das heißt... Das heißt, ich muss das zweite Tor nicht annehmen. Ich habe gerade überlegt, äh, warum ich nicht das zweite Tor annehmen muss. Ach, der braucht jetzt eine Weile. Okay. Also in zwei Stunden kann ich neu verbinden. Aber das hier wird keine zwei Stunden laufen. Ja, würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal wieder um unseren Kram. Wo bin ich denn hier eigentlich? In unserer Silizium-Mine. Okay, dann kann ich hier jetzt nämlich auftanken. Energiezellen transferiert. Genau. So. Und ich kann mal gucken, ob wir sonst noch so zu tun haben. Wie läuft denn eigentlich die zweite Mission? Da brauchen wir noch 149.900 Silizium. Okay. Ich nehme an... Das läuft jetzt hier. Wo waren das? Warte mal. Hier. Aldrin, da. Genau, der hat nur noch 30 an Bord. Der hat 300. Hallo. Das war ein Silizium-Frachter. Ah, okay. Und der hat 70 an Bord. Er holt Ware ab von Silizium-Terrana 2. Sehr gut. Also es läuft. Hälfte hat er hier schon geschafft. Wunderbar. Jetzt wollte ich noch was anderes gucken. Und zwar habe ich mir meine Taste rausgeschrieben. Wo war denn das? Äh, bin ich blond? Da stand nämlich, dass ich eine Taste habe für verfügbare Plugins. Dachte ich zumindest. Goblins, Codea. Da, Plugins. Drücke ich mal. Ach so, das ist... Ja, das hilft mir nicht weiter. So. Dann erweiterte Optionen. Script Editor. Aber hier steht nichts drin von Fails, zwar. Ja. Ja. Viel zu viel Zirkus. Script Editor. Da will ich nicht rein. Nee. Da gehe ich jetzt noch nicht rein, während ich eine Aufnahme habe. Oh Gott, da habe ich viel Krempel drin. Muss ich erst mal gucken, ob ich ein bisschen Zeugs loswerden kann. Ich bin ja nicht rein. Hahaha. Wie dir? AI etablish. Establish. Damals gab es den AI-Hype noch gar nicht. Und hier ist es schon drin. So. Okay. Da können wir uns jetzt eigentlich wieder um unseren eigenen Kram kümmern. Jo. So, dann fliege ich erstmal nach Hause und gucke mal, ob ich meine Schiffe ausrüsten kann. Und zwar, oh, warte mal, richtig. Wolkenbasis Südost. Im Ausrüstungs-Dock. Hängen doch noch haufenweise Solanus rum. Genau. Wie bitte, der ist sich aufgerüstet? Das habe ich doch alles gemacht. War nur, das braucht es nicht. Installiert. Zielprojektionserweiterung. Installiert. Duplex-Scanner. Installiert. Ach, warte, richtig. Das habe ich nicht ge... Der ist aufgeladen. Da hatte ich nur den einen vergessen gehabt. Da hatte ich nur den einen vergessen gehabt. Die anderen sind alle... Eingehende Nachricht. Ja, die anderen sind alle top. Fliege zu Tirana. Und hier hängt der Ranger. Genau. So. Äh, meine Missionen. Das... Hier. Tirana unbekannter Sektor 2. Bananji hat eine Lösung entwickelt, die die Probleme mit den Kark lösen könnte. Mithilfe des Habs soll der... Wissen wir. Umlenkt. Das heißt, wir fliegen jetzt nach unbekannter Sektor 2. So, dann machen wir das mal zuerst. Moment. Da muss ich hin? Mitten in den Kark-Sektor rein? Oh, fuck. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Wir lösen das Problem, indem ich da hingehe und alle Kark besichere. 50%. 60. 70. 80. 90. Es ist geschafft und getan. Nun sollte sich ein anderer Sektor... Erreiche System. Tirana. Unbekannter Sektor. 2. Oh. Eingehende Nachricht. Moment, 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 Moment. Also. Es ist geschafft und getan. Nun sollte sich ein anderer Sektor an der Stelle im Netzwerk befinden, wo bisher der von den Kark besetzten Sektor war. Zu gern wüsste ich und würde ich erfahren, wie sich die Kark nun fühlen, wo wir ihnen einen ganzen Sektor geschenkt und einfach so überlassen haben. Würden Sie bitte durch das Tor fliegen und prüfen, ob wir erfolgreich waren, und unser Plan funktioniert hat? Gut gemacht. Dieser Sektor scheint wie geschaffen für unser Vorhaben. Laut der ersten Datenauswertung wurde dieser Sektor vor hunderten von Jahren von terresten, also terranischen Pionieren besucht. Außerdem sollte es noch ein inaktives Sprungtor irgendwo im Sektor geben. Bevor wir dieses wieder aktivieren können, müssen wir den Sektor aber erstmal gründlich aufräumen. Ich fordere Verstärkung an, während sie sich mal umschauen können. Da kommt die Verstärkung an. Okay. Die fliegen hier schon durch. Ähm, wie sieht das jetzt aus? Ist jetzt... Kann ich jetzt diese Verbindung hier wieder kappen und umverteilen? Weil ich würde gerne Aldrin, äh, nicht unbedingt für jeder mal zugänglich haben. Weiter laufen meine Trainingsschiffe. Espenstrakete entfernt. So. Da hinten ist das Tor. Untersuche. Treffen am Hub. Gut. Vermutlich muss ich, äh, an das Tor ranfliegen, weil irgendwo wird es jetzt wieder einen Trigger geben. Ich speichere lieber mal ab. Spiel speichern. Halt, speichern, mein Freund. Ja. Achso, warte mal. Asteroid. Asteroid. Oh, da bin ich noch nicht weit genug. Doch bin ich. Siemer. Na toll. Siebzehn Eis. Das bringt's ja richtig. Okay. Das ist inaktiv. Ein inaktives Tor. Ja, das muss ich hier noch aussetzen. Ich hatte hier unten einen. Mach ich auf den Rückweg. Aber hier am Tor. Ich bin 16 Kilometer von dem Tor weg. Wie groß ist mein Durchmesser hier? Erweiterter Satellit. Das Tor wird gar nicht eingezeichnet. Ich meine, ich bin ja schon beim Tor. Ob ich da durchfliegen kann? Eingehende Nachricht. Da ist das Tor. Ansonsten scheint der Sektor... Bewache Tor? Soweit sauber zu sein. Ich sende die Nachricht ans Oberkommando. Da ist eine Torverbindung initialisieren können. Eingehende Nachricht. Oh, das bin ich. Cool. Kein Ziel. Endlich ist das Sol-System wieder mit den Sektoren verbunden, die wir einst verloren hatten. Achtet es, Griffin. Es gibt wesentlich mehr für uns hier zu gewinnen, als nur die Ressourcen zu unserer Selbstverteidigung. Wir sind hier, um aus den Fehlern unserer Vergangenheit zu lernen. Jede dieser Welten ging verloren, weil wir zu viel Vertrauen in unsere Technologie, die Terraformer hatten. Und vielleicht wird es noch eine halbe Ewigkeit dauern, bis der Großteil der Menschen von der Erde endlich klar wird, dass unsere Beziehungen zur Gemeinschaft wichtiger sind, als unsere bloße technologische Überlegenheit. Irgendwann jedoch könnte der Tag kommen, an dem wir Teil der Gemeinschaft der Planeten sein werden. Aber um das zu erreichen, ist doch viel zu tun. Genau. Werfen Sie einen Blick auf das Angebot der Schiffswerft in unserem neuen Sektor, Terrano und bekannter Sektor 1. Dort gibt es eine Vielzahl verschiedener Stationen, die Sie kaufen können. Ja, super. Tour Neptun. Hallo, mein Freund. So, wo soll ich reinschauen jetzt? Hier. Schiffswerft. Ah, das Angebot ist größer geworden. E-MPC-Fertigung. MAM-Werfer-Schmiede, Punkt-Singularitex-Projekt. Ah, das ist aber nicht Prototypen. Die kann ich nicht an meinen Dings benutzen. Raketenfabrik Poltergeist. Weil Sie zur Zeit nicht über die nötige Transportkapazität verfügen, können Sie diese Fabrik nicht kaufen. Finden Sie einen Transporter der TL-Klasse, der für Sie diese Fracht befördert. Ja, ja, hör auf zu quatschen. Ich will das Ding nicht kaufen. Ach, hier steht es ja. Ressourcen. Tyrannische EPA. Das heißt, ich müsste kaufen... Notsignal von grüne Schuppe. Die hier. Energiezellen und Proteinpaste. Und Proteinpasten-Mischerei. Okay, also bräuchte ich das Ding. Das Ding. Und dann kann ich meine eigene Raketen herstellen. Dann kaufe ich sie lieber. So. Ich werde aber bei Gelegenheit, ähm... Die Verbindung hier wieder kappen. Kann ich auch umverbinden. Mit 10.000 Energiezellen. Das ist mehr wert. Ich weiß aber noch nicht, wohin damit. Vielleicht Omikron-Lyree. Das war eine Frachter direkt von Trantor. Nach Omikron fliegen können. Ah, dann habe ich das Problem, wenn ich die Xenon-Lyree öffne. Dann fliegen die alle durch den Hub. Hahaha. Dann verteilen die sich, äh... Gleich in Trantor. Wobei, ich kann ja zu den... Kann ich in Terraner-Sektor einbinden? Ich könnte in Terraner-Sektor. Mars oder so. Einbinden. Warte mal, wo geht jetzt das Nordtor eigentlich hin? Neptun. Ach, da kommt der raus. Ja, cool. Da kommt ja gleich eine Sprungboje hin. Gibt's sogar schon. Oh, da muss ich gleich mal durchfliegen. So, bin ich in Reichweite? Ja. Erweiterter Satellit. Ausgeworfen. So. Neptun. Das ist natürlich gut. Dann werde ich gleich mal reinfliegen, damit ich das Ding auf der Karte habe. So. Gut. Ja, und die Werft hier, die bringt mir aber nicht viel. Baldrick, Sabre, Rapier, Baldrick, Schürfer. Das ist ein sehr interessanter Schiff. Aber die großen Schiffe, die richtigen Schiffe, die verkaufen sie nicht. Das ist schade. Hier. So was hier will ich haben. Terana, Osaka. Genau. Warum verkauft ihr mir keine Osaka? Oder eine Tür. Die könnt ihr ruhig mal verkaufen, Freunde. Apropos. Gab's die hier? Nein. Nein. Wo war die nächste Werft? Hier. Doch, gibt's noch hier. Na gut, Tokio. Ja doch, Tokio, Osaka. Die gibt's hier. Yokohama, Claymore. Gut. Dann auf nach Neptun. Erreiche System. Neptun. Hallihallo. So, ah, jetzt ist das Tor eingezeichnet. Okay. mit dem X. Südtor. Cool. Das ist ein Frachter von mir. Sektorhändler und Terana wie VH. Da. Na, da komm ich nicht ran. Sie sprechen mit dem Automobil. Welcher Teufel? Ich bin froh. Übernehmen Sie den Auftrag? Ne. Ja, schön, dass Sie den Laden hier am Laufen halten. Oh, ne, ich fliege jetzt nicht bis da rüber. Wie weit ist denn das? 50 Kilometer. Nö, da fliege ich nicht hin. Ah, jetzt ist die Mission weg. Gab ja nicht mal Feuerwerk. Schade. Feindliche Schiffe und grüne Schuppe. Dann kümmere ich mich jetzt mal wieder darum. Dort gibt es eine Vielzahl von Stationen, die Sie kaufen können. Ja. Typisch Terana. Als Belohnung für dein Engagement darfst du bei uns einkaufen. Ihr seid mir gute Freunde. Ach, egal. Jetzt bin ich da. Was muss ich ran? 25 war? Ja, jetzt bin ich da. Na gut. Sie sprechen mit dem Automobil. Wasserzeitpilot. Ich hätte lange, was man hat, alles. Es mag sein, dass Sie diese Aufgabe etwas problematisch finden werden. Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Tschüss. So, in welche Richtung fliegt hier? Nach unten. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50, 50%, 60, 70, 80, 90, initiere Sprung. Erreiche System grüne Schuppe. Jetzt ist es die richtige Taste. Pirat, Harrier. Ach so, ich sollte immer die Waffen aktivieren, wa? So, ach du lieber Harrier. Pirat, Harrier. Morgen. Ziel aufgeschaltet. Ziel ist nun in Feuer. Im Namen des Vorsitzenden CU. Das Teladi Unternehmen ist für ihre Rechten. Splitt, dich verfluchen. Nooo. Splitt, keine Zeit haben zum Verfluchen. Ich kriege... Ups, wolltest du was sagen? Banshee-Rakete. Entschuldigung. Rahmsprit. Du warst nicht schnell genug mit aufgeben. Tut mir leid. Kein Ziel. Banshee-Frachtraum enthält nun Banshee-Rakete. So. Nur damit ihr jetzt mal lernt, hier, äh, ich hab wieder Zeit. Ich bin mit den Missionen durch, ja? Ich hab wieder Zeit, die Piraten zu jagen. Apropos Piraten jagen. Ähm. Meine lieben Piraten, ihr seid doch gute Geschäftsleute. Hm. Nö, oder auch nicht. Ich würde gerne bei euch Flammenschleudern kaufen. So. Jetzt muss ich mal was gucken. Sprungtor Neuverbindung. Aha. Also, wenn ich die anklicken will, muss ich jetzt noch, äh, anderthalb Stunden warten. Zehntausend Energiezellen. Und dann kann ich neu verbinden. Ja, ich muss immer noch überlegen. Wobei, warte mal, warte mal. Gib mir mal Omikron-Lyree. Ich kann doch. Hier ist die Xenon-Allee. Da kann ich doch hier nach Zentrum der Arbeit. Oder hier Elysium des Lichts, zum Beispiel. Da halte ich nicht so viel Durchgangsverkehr. Hier die Verbindung machen. Dann komme ich schnell hier rüber. Aber die Xenon, äh, kommen nicht durchs Tor. Weil die ja nicht abbiegen. Die fliegen ja hier geradeaus durch. Das wäre eine Idee. Dann werde ich vermutlich nach Elysium des Lichts gehen. So. Dann bin ich mit dem Hauptplot durch. Mit dem Terraner-Plot. Uh, uh, uh. Was ist denn noch an Plots übrig? Also das hier ist ja jetzt nur warten, bis ich genug Silizium zusammen habe. Da kann ich ja mal gucken, und zwar den Frachter, der jetzt die, die, ähm, Energiezellen bringt. Da mache ich 30, 40 Energiezellen rein. 1.000. Und danach kann ich die nehmen, um von woanders Silizium zu holen. Flammenschwert-Rakete. Brauche ich nicht. So. Was ich brauche ist Strand der Ewigkeit. Danner Chance. Hier ist alles sicher. Ach, sieh an, siehste. Nubileos. West-Tor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiere Sprung. Initiere Sprung. Erreiche System. Nubileos Memorial. Ach komm, erzähl mir doch nicht, dass der jetzt schon wieder dann das Chance rüber ist. Erreiche System. Waffensysteme. Verweigert. Genau. Korsaren. Fraggut Transport. Morgen. Ich habe mir sagen, dass du uns die Schuss zu fielen. in Feuerreichweite. Du nicht ungestracht provozieren. Alles Splitten hier beistehen. Wir Kampf. Du wolltest mich einfach zurückschießen, Freundchen. Asteroid. So. HT Quads ist sicher. Aber. Was hier jetzt wieder für Durchgangsverkehr ist. Und Aquilas Leuchtfeuer. Ähm. Das zweite Park könnte ich eigentlich bei Heimat der Legende reinschmeißen. Dann haben die das schneller nach Wolkenbasis Südost. Hahaha. Ähm. Warte mal. Jetzt wollte ich mal was gucken. Und zwar. Genau. Weil sie überhaupt an Geld jetzt habe. Achtz Mille. Ich muss mich um Geld kümmern. Das werde ich jetzt machen. Ich werde mal gucken, wo ich Geld herkriege. Apropos. Ähm. Die. Nein. Wo waren. Wo waren die Militärtransporte? Zettel. Da. Da. So. Wolkenbasis Südost. Der ist doch schon längst durch. Genau. Der ist gerade abgehauen. Dann gucke ich mal in Wolkenbasis Südost. Argan Ausrüstungs-Dock. Ranger. Immer noch nur einen. Das muss ich selber machen, wa? Na gut. Dann kann ich mich jetzt wieder um die kümmern. Wie mache ich das jetzt? Euch muss ich ja noch alle ausrüsten. Schilder habt ihr auch noch keine. Gott, wo kriege ich so viele Schilder her? Oh, das weiß ich. Das weiß ich. Gerade, ob ihr so schön blinkt. Zwölf Schilder habe ich. Für zwölf Schiffe. Und jeder braucht drei. Was sagt uns das? Was fehlt euch bitte? Schildfleisch, Rasteröl, Erz. Ihr habt doch alles. Ihr habt Kristalle? Warum produziert ihr nicht? Ach, die hatten keine Energiezellen. Na, wo ist denn euer Transporter? Wer transportiert die denn? Sollte doch eigentlich aus Trantor? Was machst du gerade? Du lieferst Energiezellen. So. Hab Kristallfrachter. Der hängt auch bloß rum. Energieversorger. Kommando. Kommando Konsole. Handel. Interne Warenlogistik. Produkte. Energiezellen. Produzenten. Hier. Verbraucher. Moment. Du bringst ihn da zum M2-Versorger und der Transporter werft? Warum das? Nein. Bring die mal bitte hier runter. Kommando akzeptiert. Hier ist alles eingestellt. Kommando akzeptiert. Äh, 39 Energiezellen. Ach, das ist der Kleine. Ach, das ist der Kleine. Stimmt ja. Da war ja was. Da war ja was. Liefere Ware an. 10,5 Sekunden. Jetzt verwechse ich dich gerade. Der ist ja gerade weggesprungen. Genau, das war ja der Kleine. So. Docke mal wieder an in Trantor. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Das ist ein K-Cluster. Notsignal von Aktivas Glaube. So, was haben wir denn noch hier rumhängen? Du bringst Kristalle nach Leitstern. Das ist klar. Lagerhalle Trantor. Freier Logistiker. Bist Logistiker. WLS Bereitschaft. Was machst du? Kommando. Kommando Konsole. Handel. Warenlogistik. Produktliste. Energiezellen. Argon Prime. Argon Kahuna Produktion. Erzmine. Wolkmars Südost. Na dann kannst du auch zusätzlich noch ihn hier machen. Kommando akzeptiert. Bitteschön. Und wir kümmern uns mal schnell um den K-Cluster. Sprungantrieb wird geladen. 10 Prozent. 20 Prozent. 30, 40, 50 Prozent. 60, 70, 80, 90. Wir versorgen eigentlich die noch Topfabrik. Initiere Sprung. Erreiche System. Erz-Waffensysteme. Verweigert. Tor. Warken Basis Südost. Wo ist der K-Cluster hin? K-Cluster. Da oben. 30 Kilometer. Der kam hier näher vor. Ach so. Ja. Poltergeist-Rakete. Gespenst-Rakete. Installiert. Gut. So. 25 Kilometer. Na ja. 24, 7. Ist egal. 20 Kilometer. Tschüss. Ich bin da unten am Tor. Von da müssen wir kommen. Ich bin da unten am Tor. Ja. So. Dann ist er weg. Ja. Brauchen wir nicht. Haben wir ja schon gehabt. Was? So. Wenn ich schon mal hier bin. Sie sprechen mit dem automatisierten. Haben Sie etwas zu sagen. Günstiger. Übertrage. Jetzt die Daten. Seien Sie nicht kindisch. Wollen Sie den Job oder nicht? Elf. Acht Leute. Habe ich Platz für die? Ist egal. Das ist ein Schipfwerk. Da kann ich Energiezellen verkaufen. Halt. Hier. Leidsystem aktivieren. Im Namen unseres Präsidenten und Senators. dankt Ihnen die Aragonische Föderation für Ihre Hilfe gegen diesen Eindringling. Als Belohnung erhalten Sie Eingehende Nachricht. Ja geschehen. Personalsammler. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen zu heißen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Sind die jetzt an Bord? Achtung. Sicherheitsdienst. Wir haben... So. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wo die hinwollen. Ähm... Zu einer Station in Heimat des Nichts. Moment. Heimat des Nichts? Irgendeine Station? Sprungantrieb wird geladen. 10% 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90, initiiere Sprung. Schnell mal noch 11 Millionen. Heimat des Lichts. Schnell mal noch 11 Millionen verdient. Weißt du was? Terracorp Hauptquartier. Für das Geld schicke ich euch sogar in eine große Station. Notsignal von Aktivas Glaube. Das wird das nächste sein, was wir machen. Okay. Oh, warte mal. Erst muss ich mal hier andocken. Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidents... Eingehende Nachricht. Mission erfüllt. Gute Arbeit. Du hast das gesamte Militärspartier erfolgreich transportiert. Hier wurden 11 Millionen überwiesen. Das heißt, ich bin wieder bei 30. Klingt gut. Kampfrang-Bezwinger. Okay. Dann würde ich behaupten, ich bleib gleich hier. Und wir machen dann bei hier weiter unter... Umaktiv... Hativ was. Verdammt nochmal. Kümmer ich mich dann beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut. Genießt den Tag. Und vor allem... See you later.